Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu diesem Vier-Oppala mit mir in Sachsen-Essballat ist mir fast was umgefallen Es geht weiter Klick macht gerade, äh Quatsch gießt gerade seine Pflanzen So rum Ich bin auf Arbeit, Tino programmiert sein Handy-App Weiter dass er da irgendwann mal bis zu 250 Honoraren muss er ja kriegen Problem an der Sache bloß so ein Handy abzuprogrammieren ist dann doch etwas naja Wie soll man sagen Etwas komplizierter als gedacht wenn ich mir gerade mal so gucke aus der Geschicklichkeit Er hat der Geschicklichkeit gar nichts drauf Programmieren ist er auf 8 also auch kurz kurz vor dem Endstadium Drücken wir es mal so aus Und ich bin hier, achso ich kann da nicht hingucken warum, warum immer Naja stimmt das ging ja an den neuen Teil nicht Mit Pflanze sprechen Ich denke mal die soviel Dinger Aber man kann mit der Pflanze dann auch mal sprechen so ist es ja nicht Wenn dann alles passt dann kann man ja nochmal baden gehen Dann kann er sich ja wieder drauf Drum kümmern dass es hier weiter geht Deswegen machen wir mal erstmal hier in Stufe 2 nochmal weiter Wenn ich gerade mal gucke Job Sie hat ja auch Oh sie hat ja 2 Tage Zeit Joggi Blblblblblblblblblblblblblbl Ahahahahaha So Verkaufen Später kaufen, jemanden kennenlernen, jetzt willst du auch noch jemanden anrufen, es wird immer schlimmer. Ja, 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 du kannst auch schmale Sernten, junges Fräulein. Wie geil, das ist wieder da, da hinten steht, ey. Ja, weißt du, ich mag Bananen, im Osten gab es früher keine Bananen, magst du auch Bananen? Oh, da geht's ab in die Wanne. So, Olaf hat 1700 verdient und nebenbei noch eine tolle Arbeit geleistet. Da bin ich stolz auf ihn. So, jetzt, Olaf, jetzt gucken wir mal gemeinsam, wo es dran klemmt. Gut, erstmal was essen und zwar nimmt er mal noch eine Stücke Torte. Nach der Torte gehst du aufs Klo. Dann haben wir ja eigentlich Zeit, würde ich mal sagen. Ja, mit seiner Scheiß-Handy-Programmierung, jetzt bleib mal fertig, ne. Aber er hat, ne, er muss in 12 Stunden auch schon wieder. Also, ich kann ihn jetzt maximal zwei Stunden schicken, dann muss ich schon... Ach, Shit-Habends. Gut, ich kann ihn der Chili jetzt noch anbieten. So, bei mir sind es jetzt auch schon zwei Tage, die ich arbeiten muss. Halt! Das war knapp. Ja. Da kann ich ja gerade noch mal in der Richtung oder mal programmieren, muss ich ja nicht gehen. Da habe ich ja... Das Ding da sehr gut dazu. Mehr Auswahl, emotional auch aktivieren. Web. Recherchieren. Da war das Spiel, Strategie recherchieren. So, ich stehe gerade in Sünder und er nicht den Klicke hier verwalbt. Eine Badewanne bitte erstellen. Ah, ganz schnell, du. Irgendeiner muss ja das Geld reinbringen. Bin ich ja mal gespannt, ob die Recherche hier was bringt. Anscheinend ja, ja. Weil ich bin jetzt Stufe... Oh, Stufe 9. Das heißt, ich bin jetzt auch dann Stufe 10 und habe damit auch das Höchstlevel erreicht. Sehr nice. So, ich bin zufrieden, dass ich Tino jetzt nicht in die eSport-Szene geschickt habe, sondern als Startup-Unternehmer. Wenn es da halt ums Programmieren geht, dann sei erst mal dahingestellt. Und mit der Musik macht es leider mehr Spaß. Ist unglaublich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Folgen ich jetzt aktuell schon wieder hier am Stück aufnehme. Aber Sims hat doch so einen richtigen Suchtfaktor. Sehr schön. Olaf hat die Gamer-Gemeinschaft in einem legendären Status erreicht. Er wird jetzt in allen Foren in höchsten Tönen gelohnt. Sehr nice. Spiele in Spielen, lass deine höchsten Level Videospieligkeit erreichen. Nice. Hat sich da jetzt irgendwas beim Spiel spielen da noch geändert? Na ja, ich kann zur Noten nur Livestream. Ah, das ist noch dazu gekommen, gell? Da kriegt man 2 Dollar hingeschickt hier. Oh yes. Moment. Moment. Na gut, du kannst so dorthin gehen. Ist ja relativ. Äh, mathematisches Diagramm bräuchte ich nicht, aber ein surreales. Ein Pop-Gemälde. Mach mal bitte ein großes Pop-Gemälde für mich. So. Werden erzeichnet. Gehen wir hier mal auf Stufe 2 an. Weil ich dachte eigentlich mein Ziel mit hiermit auch schon erreicht habe, oder? Ah, nächste Stufe ist 75.000 verdient haben. Hm. Gibt 500 Leimer. Äh, also Schwede. Hm. Oh, was wird denn das, wenn's fertig ist? Hm. Hm. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Hm. 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 Du spielst nochmal. Hm. 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 Gut, malen hat er jetzt ja wirklich erst auf Stufe, na gut, Stufe 5 und Stufe 6. Hm. 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 ansonsten ergibt sich trotz allem noch nichts weiter bin ich mal gespannt was da ja noch dabei rumkommt das gefällt mir doch das gefällt mir definitiv was dann hier noch geht und klar noch mal wenn es geht eine Skulptur nicht unbedingt aber eine Badewanne herstellen kann das war schon sehr schön wieviel ist das wert 96 dollar eigentlich relativ weil es sieht schön aus da kann man nicht vergessen sagen großes realistisches da durchschnittlich noch mal mit einsetzen weil wir verdienen sie am endeffekt so oder so wieder mit raus so machen wir grad noch mal stufe 3 dass ich größtenteils jetzt eh nichts tut ich live streamet obwohl lange kann ich halt auch nicht mehr machen ich erschöpft bin in 30 minuten und unmächtig werden wollte ich ja nur eigentlich auch nicht das werde ich in Bänden und ab ins Bett und er zieht sich jetzt erst mal noch was leckeres rein und dann nach geht es wird sieht es bei ihr aus ich muss erworsten zwei tagen arbeiten hat hunger hat auch viel tief geschlafen moment jetzt habe ich es verpasst irgendwas mit 30 dollar und auch wenn es mehr und 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 denn das sind Kräuter die können ja war ein Kriber ein Gericht nehmen genau das machst du richtig und dann schlafen wir erst mal sind denn 6 und hat jetzt 32.198 okay schon mal gar nichts zu verkehrt Tino ist auch aufgewacht er muss in zwei stunden zur arbeit das kann ja was werden schnell aufs klo schnell was essen und dann hopp 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 du holla die waldfee sonst noch irgendjemand irgendwas in rasch in richtung in richtung tuning was man immer braucht dann haben wir kurz auf klick Zwei Bücher selbstverständlich, okay, habe ich nicht den zweiten Bruchchen abgeschickt? Vielleicht sollte ich das sicher halt einfach noch ein Buch schreiben, sicher, sicher, Schankerbuch schreiben, ein Sachbuch, ein Kinderbuch, ein Sachbuch. Sicher ist bekanntlich sicher. Bling bling. Tino ist in einer Stunde zur Arbeit. Das schafft er ja, denke ich mal, auch ohne Probleme. Er hat 139 Dollar mit Handyjips verdient. Gut, reicht leider gerade immer noch nicht aus. Das ist mir echt mal egal, weil er befindet sich eigentlich auf dem höchsten Arbeitsbereich, den man aktuell haben kann. Also, puh, wenn es dann nur noch an den Dingern liegt, dann ist es, denke ich mal, jetzt auch nicht allzu schwer. Gut, ich würde ihn jetzt auch ungern da ranlassen, er kann ja noch mal schnell Zähne putzen. Und sich selbst motivieren. Wie du das machen sollst, du gehst dahin und erfricht sich etwas. So, schon bist du selbstsicher und kannst dich im Spiegel selbst bewundern. War sogar gerade ein Ziel, ich bin bei Gott. Ich denke, ich denke. So, schon 120 Dollar. Oh, nice. Aufgabe erfüllt, würde ich mal sagen. So, jetzt bewegt dich, komm. Ab zur Arbeit, du Kleinen. So, die für die Bücher. 20 Dollar und es umgekehrt bleibt eine andere große Geschichten. 10 Dollar und die große Geschichten und die kleinen Erwachsene. 83 Dollar. Okay, dann hat es ja doch was gebracht. Ich habe trotzdem erst zwei Bücher selbst veröffentlicht. Naja, wir schreiben einfach noch an jeden weiteren Buch, denke ich mal. Und dann passt alles. Aber meine Freunde, ich würde auch schon mal sagen, wir sind für diesen Part vorbei und auch für diese Season vorbei. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viel Folgen ich jetzt am Stück aufgenommen habe. Ich habe jetzt bestimmt zwei, drei Wochen im Voraus, also ich spreche jetzt zwei, drei Wochen aus der Vergangenheit spreche ich zu euch. Ich weiß nicht, ich kann ja jetzt gerade mal noch aufs Telefon gucken. Wir haben es. Wir haben es. Wie spät haben wir es denn? Na? Also heute ist der 8. Oktober, wisst ihr Bescheid. Alles aus einer Season. Deswegen Verbesserungsvorschläge, Wünsche etc. pp. Darauf kann ich dann erst später weiter eingehen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht, hier mit euch sims zu spielen und unsere kleine Geschichte hier weiter zu erzählen. Entschuldigung. Weiter zu erzählen. In dem Sinne bin ich raus. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dann oder Rennen. Tschüss.